Sonja Kirchberger muss in einem Rumba zu Lady in Red bestehen und ich kann mich nochmal wieder aufregen über die Kostüme. Das Lied heißt Lady in Red, nicht Lady in Pink oder was das da ist. Hot Pink oder so nennt sich das glaube ich oder blasses Hot Pink, keine Ahnung jedenfalls. Es heißt Lady in Red. Wo ist das Problem, dein rotes Kleid der Dame anzuziehen? An sich muss man sagen, tänzerisch steigert sich die Dame. Aber was hier natürlich vor allen Dingen auffällt, diese Sicherheit, die der Lombardi fehlt, hat die hier sozusagen, die Bewegungen sind flüssiger sozusagen, ich sag mal so, wirken erotischer, wenn man jetzt auf ältere Frauen steht. Wo das bei der Lombardi natürlich ganz so toll ist, aber das Kostüm hier macht wieder meiner Meinung nach viel kaputt. Und ja, also Kirchberger wirklich deutliche Steigerung, wobei natürlich jetzt sozusagen die Art zu tanzen nicht so schwer ist, weil sie ja langsam und man behutsam tanzen kann. Und sie schafft sich da gut zu inszenieren. Hier und da sind ein paar kleine Schwächen, also dass sie hier und da bei der Figur ein bisschen hölzern wirkt. Oder wenn sie kurz mal so leicht irgendwie daneben steht oder sowas, aber eigentlich, ja, dafür, dass sie eigentlich eine durchschnittliche Tänzerin hier ist von der Leistung her, hat man hier das eigentlich an das Können angepasst. Das sah eigentlich ganz gut aus, aber dieses Kleid, dieses Kleid, das ist eigentlich Augenkrebs, das ist eine Pupillenvergewaltigung. Also dieses Kleid, wer sucht sowas aus?